So, guten Morgen zusammen. Es geht wieder los. Tag drei. Zweiter Tag Biken. Heute sind wir am Parat machen und unsere Guide-In. Oh, Guide haben wir gerade gehört. Genau, Guide, Guide. Ist heute Annika? Willst du was sagen? Ja, ich bin die Annika. Ich habe eine Fahrradschule hier in Räischen Peak 3 und jetzt werde ich den Jungs heute mal zeigen, wie man die Trailer hat. Ich freue mich. Sehr geil, ich freue mich auch. Vielen Dank. Könnt ihr unbedingt mal vorbeischauen. Ich verlinke natürlich alles in der Videobeschreibung, wenn ihr mal da seid. Und es nicht kennen, ist ein Guide immer eine super Sache. Wird sicher cool. Alle mal winken. Dann geht es dann schon wieder los. So, Tag drei. Eigentlich Tag zwei auf dem Bike. Kommen Sie nach vorne. So, jetzt nehmen wir da wieder den Flowey. Stefan da in Front. Vorne dran der Flowey und vorne ist der Gary. Pro Rider von Shuffle. Hinter mir ist die Rafa und dann haben wir noch etwas Neues dabei. Und natürlich ist Annika, die Guide, macht es schlusslich. Nice. Little Blow Action für die Warm-Up-Labs. So, der Plan ist nach dem Einwärmen. Dann gehen wir rüber auf Nauders. Dann fahren wir dort den... Scheisse, ich blende zu mir. Ich habe vergessen, wie noch heisst. Und dann nochmal den Bunker-Grid. Den sind wir gestern schon gefahren. Der ist richtig geil. Von dem her sind wir mega gespannt. Von dir. So, jetzt sind wir im hohen Panorama-Restaurant vom Bergkastell. 2200 Meter. Und gehen jetzt den Bergkastell Trail. Wir sind ja noch nie gefahren, Stefano und ich. Da drin ist er. Die anderen kennen ihn. Aber unsere Guide-Sites wäre super. Können wir schauen. Viel Spass. So, jetzt kommen wir wieder auf dem Verbindungs-Strain. Wo auch rüber geht zum, äh, sagen wir mal, zum Bunker. Der ist witzig. Der ist schon zu spüren. So, jetzt bin ich. So, jetzt startet der Bergkastell-Trail, noch nie gefallen, von daher ist es spannend, was uns da erwartet. Aber das gefällt mir schon ganz gut. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, es geht links-rechts steil runter, wenn wir einen Sprung nehmen, das ist dann halt nicht abgezogen. Aber ich habe immer noch Probleme mit meiner Bremse, hinten bremsen nicht immer gleich gut. So, dann haben wir da aus der Strecke fahren, in den Front. Wow, Power Drift! Power Drift! Power Drift! Max vem, Jan! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 gut fühlen, schauen, schauen auf den Trailer, das A und O ich werde etwas sehen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist ein Wichtiges 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 Das war's. Was ist das? Okay, sehr geil. Was gibt es dazu noch gross zu sagen? Nach dem ersten Tag auf dem Bike habt ihr ja schon gesehen, einfach einen Enduro-Hima. Drei Länder Endurotrails haben ihren Namen zu 100% verdient. Das, was sie dort aufgebaut haben, sensationell. Gary vom Tourismus-Büro hat noch zu einem oder anderen erzählt, wie das entstanden ist. Sehr interessant, sehr viel Aufwand ist betrieben worden, aber es hat sich gelohnt. Einfach geil. Natürlich vielen, vielen Dank an Schöffel, richtig cool gewesen. Nicht selbstverständlich, ein riesiges Package und sensationell aufgebaut. Machen wir weiter so. Ich kann nichts Negatives dazu sagen. Wirklich Spass gemacht, machen wir weiter mit den Kleidern, mit den Events. Coole Leute, man trifft Leute, man duscht sich aus. Einfach den Hammer. Es hat auch Spass gemacht, im Aktiv-Hotel Edelweiss gehen Deco vorbeischauen, wenn ihr ein Baby sucht, wenn wir noch mal dort sind. Der eine, ein geiler Typ, einfach freundlich, die wissen noch, was Gastfreundschaft ist und das schätze ich sehr. Auch wenn ihr einen Guide sucht, wir hatten jetzt noch die Annika, die hat einen super Job gemacht, auch wenn sie gar nicht so fit war, das haben wir erst nachher herausgefunden. Sensationell hat sie uns guided und ja, da fühlt man sich aufgehoben. Natürlich haben wir alle Linke in der Beschreibung aufgeführt. Geht vorbei schauen, wenn ihr euch verräscht, schreibt diese Leute an. Sind alle extrem freundlich und hilfsbereit. Und genau so macht Spikes Spass. Das ist auch unser Hobby und das teilen wir miteinander. Das hat man in der Esche extrem gemerkt. Ich danke auch vielmal an Stefan, dass er mitgekommen ist. Er hat mich übrigens markiert bei Sporthaus Schuster. Natürlich auch vielen Dank an sie. Sie haben das möglich gemacht. Und mit Stefan ist einfach immer geil. Geht unbedingt auf seinem Kanal vorbeischauen. Lernt ein Abo da. Und ja, am letzten Tag, Bunkertrail, haben wir dann nochmal gemacht. Herzmen auf den Latzkauer. Zum Glück nichts passiert. Aber natürlich wollen wir euch das nicht vorenthalten. Das kommen wir wieder am Schluss des Videos noch abüber. Und ja, viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Es hat einfach Spass gemacht. Ich danke allen Beteiligten. Auch alle, die dabei waren. Den Gabi von Alpina Deutschland. Dass sie mir noch eine Gogel organisiert hat. Die in der Schweiz nicht lieferbar ist. Nicht selbstverständlich. Geiler Support. Und ja, viel mehr kann ich wirklich nicht sagen. Schön, dass ihr dabei war. Danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Es gibt sicher das nächste Abenteuer bald. Ich wünsche euch alles Gute. Peace. Alles gut? Ja. Alles gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.